Braucht Deutschland eigene Atomwaffen? Das ist eine Frage, die noch vor ein paar Jahren wahrscheinlich sehr, sehr absurd gewesen wäre, wenn sie irgendein ernstzunehmender Politiker öffentlich gestellt hätte. Aber im Anbetracht der Ereignisse der letzten Jahre, ganz besonders im Anbetracht des Ukraine-Krieges, wurde diese Diskussion wieder lauter. Und in der heutigen Folge, im heutigen Video, möchte ich mir mal ein bisschen die Geschichte anschauen von Deutschland in Bezug auf Atomwaffen. Und damit wir das verstehen, müssen wir ein bisschen in die Geschichte des 20. Jahrhunderts zurückschauen. Die Nazis waren die erste deutsche Regierung, das erste deutsche Regime, das Atomwaffen anschaffen wollte. Beziehungsweise sie wollten sie bauen, sie wollten sie als erstes erfinden. Es gab Bestrebungen von den Nazis, dass verschiedene Wissenschaftler in Deutschland an einer Nuklearwaffe arbeiten. Wie wir alle wissen, hat das nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Und die Amerikaner waren die ersten, die Nuklearwaffen herstellen und auch einsetzen konnten. Und das ist übrigens so eine kleine Information, die einem ein bisschen zu denken gibt. Hätten die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht so gewonnen, auf konventionelle Art und Weise, dann wäre Ludwigshafen die Stadt gewesen, die als erstes in der Menschheitsgeschichte von einer Atombombe zerstört worden wäre. Also nicht Hiroshima, sondern Ludwigshafen. Diesem Schicksal ist Deutschland entgangen, dadurch, dass gerade durch den Einsatz der Roten Armee, aber auch die Westalliierten, Deutschland auch ohne den Einsatz von Nuklearwaffen besiegt werden konnte. Während des Kalten Krieges war Deutschland der potenzielle Schauplatz eines Atomkrieges. Und die Planer von beiden Seiten gingen davon aus, dass, wenn es zu einem Dritten Weltkrieg gekommen wäre, zwischen dem Westen, also der NATO, und dem Osten, dem Warschauer Pakt, dass dann der Einsatz von zumindest taktischen Atomwaffen auf deutschem Gebiet sehr wahrscheinlich unausweichlich gewesen wäre. Und aus diesem Grund hatten sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner viele, viele, und ich meine wirklich viele Atomwaffen in Europa und auch in Deutschland stationiert. Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Amerikaner zu den Hochzeiten des Kalten Krieges in ganz Europa mehr als 7.000 Atomwaffen stationiert hatten und davon wahrscheinlich mehr als 5.000 in Deutschland. Es gab mehr als 130 Basen und Orte letztendlich, wo die Amerikaner ihre Atomwaffen in Deutschland stationiert hatten. Das möchte ich nochmal wiederholen, damit man sich das Ganze in Erinnerung ruft und realisiert, wie irre das ist. Es gibt mehr als 5.000 Atomwaffen an mehr als 130 Standorten nur in Westdeutschland. Da sind die, sag ich mal, die Atombomben des Warschauer Paktes noch gar nicht dazu gezählt, die in der DDR gelagert waren. Und wenn man sich anschaut, was so die Planungen waren, wie diese Atombomben eingesetzt worden wären, das fasst man sich heute an den Kopf. Ich sag nur Stichwort Atomminen. Es gab tatsächlich die Idee, Atomminen einzusetzen. Die hätte man an wichtigen Verkehrsknotenpunkten befestigt, zum Beispiel an Brücken oder so, und hätte sie dann gezündet, um eben weite Teile der Landschaft zu verwüsten, sodass der Gegner nicht durchrücken kann. Also, man hatte so viele Atomwaffen, dass man sie schon praktisch dazu benutzt hat, um Straßen unbefahrbar zu machen. Natürlich hätte man sie im Ernstfall auch anders eingesetzt, nämlich mit Flugzeugen, mit Artillerie, mit Raketen und so weiter. Also, nochmal merken, 5.000 Atombomben während des Kalten Krieges nur in Westdeutschland. Und natürlich kam es bei so einer Masse an Atombomben auch zu Unfällen. Und Unfälle mit Atomwaffen gehören zu den beängstigsten Dingen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und wenn man so eine Liste durchliest, was alles passiert ist mit Atombomben, dann wird einem echt Angst und Bange. Denn diese Liste ist nicht kurz, was an Unfällen alles allein in Westdeutschland passiert ist. Da gibt es mehrere Fälle, wo Atombomben beim Verladen einfach runtergefallen sind. Ein amerikanischer Hubschrauber, der mehrere Atomsprengköpfe an Bord hatte, ist über Westdeutschland abgestürzt. Man weiß nicht genau, wo, das wurde geheim gehalten, aber nochmal, ein Hubschrauber mit Atomwaffen an Bord ist über Deutschland abgestürzt. Das ist auch interessant, dass man das bis heute gar nicht so in der Öffentlichkeit eigentlich weiß. Es ist nicht geheim, aber trotzdem ist es jetzt keine Information, die einem so bewusst ist. 1982, auch ganz interessanter Fall, gab es in Baden-Württemberg einen Unfall mit mehreren Sattelschleppern, die amerikanische Atomwaffen transportiert haben und dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Und je wie man es definieren möchte, ist dieser Mensch, der 1982 in Baden-Württemberg starb, wahrscheinlich die erste Person, die in Deutschland durch Atomwaffen getötet wurde. Und diese Atomwaffen in Deutschland waren Teil eines Prinzips, nämlich des sogenannten nuklearen Schutzschirms. Das sollte bedeuten, dass Länder, die in der NATO sind, aber keine eigenen Atomwaffen haben, trotzdem unter dem Schutzschirm der Vereinigten Staaten stehen. Und dass praktisch ein Angriff oder gerade ein Atomangriff auf diese Staaten durch einen Atomschlag beantwortet werden würde. Und da gab es das Prinzip der nuklearen Teilhabe. Das bedeutet, dass Länder, die nicht selbst Atomwaffen besaßen, dass die eben die benutzen durften, die die Amerikaner ihnen zur Verfügung stellen. Das sind im Falle der NATO Deutschland gewesen, also Westdeutschland, die Bundesrepublik, Belgien, die Niederlande, Italien und die Türkei. In all diesen Ländern wurden NATO-Atomwaffen, also amerikanische Atomwaffen in dem Fall, gelagert. Und dieses Prinzip der nuklearen Teilhabe setzt voraus, dass die Staaten, in denen sie praktisch gelagert sind, dass sie bei den wichtigen Gremien, wenn der Einsatz besprochen wird, mitreden und mitentscheiden dürfen und dass sie im Ernstfall auch dazu in der Lage sind und auch dazu verpflichtet sind, Trägersysteme bereit zu haben. Also Flugzeuge oder Raketen, auf die dann diese Atomsprengköpfe montiert werden können. Und durch diese nukleare Teilhabe war Deutschland so eine halbe Atommacht, könnte man sagen. Die Atomwaffen standen letztendlich unter der Endgewalt der Amerikaner, der Vereinigten Staaten. Aber im Falle eines Angriffs auf die NATO hätten die Deutschen sie auch einsetzen können. Und diese Atomwaffen gibt es auch heute noch in Deutschland. Und damit lassen wir jetzt den Geschichtsteil hinter uns und schauen uns die Situation heute an. Atomwaffen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2024. Da sind nämlich noch welche. Die Amerikaner haben sehr viele von diesen Atomwaffen nach Ende des Kalten Krieges wieder abgezogen, aber nicht alle. Heute schätzt man, dass in Deutschland noch etwa 20 amerikanische Atomwaffen liegen. Und das ist natürlich eine enorme, eine enorme Verkleinerung des Atomwaffenarsenals in Deutschland im Vergleich zum Kalten Krieg. Also nochmal, früher schätzte man die Zahl auf über 5000, heute sind es noch 20. Der Typ von Atomwaffen, der heute noch in Deutschland gelagert ist, der nennt sich B61. Da gibt es verschiedene Typen, verschiedene Modelle, über die Jahre immer wieder aktualisiert und modernisiert. Aber man kann sich merken, das ist eine Wasserstoffbombe. Ich vereinfache es jetzt mal. Wasserstoffbombe ist eine Art von Atomwaffe, die zerstörerischer ist als die ersten Atomwaffen. Diese B61 Atomwaffe, Wasserstoffbombe, hat wohl eine Zerstörungskraft von bis zu 400 Kilotonnen. 400 Kilotonnen, das bedeutet diese Atombombe. Also ein einziger von diesen Sprengköpfen hat so viel Zerstörungspotenzial wie 400.000 Tonnen Dynamit, TNT. Zum Vergleich, die Bombe, die Hiroshima zerstört hat im Zweiten Weltkrieg, die hatte etwa 13 Kilotonnen. Also Hiroshima 13 Kilotonnen, diese Atombomben, die in Deutschland lagern, bis zu 400 Kilotonnen. Und der Ort, wo diese Atombomben bis heute lagern, das ist der Fliegerhorst Büchel. Und dort sind auch die deutschen Soldaten stationiert, die im Zweifelsfall diese Atombomben abwerfen würden. Und ich sage abwerfen, denn heute gibt es nicht mehr diese Trägersysteme, wie es sich im Kalten Krieg gab. Also Deutschland hätte jetzt nicht mehr Atomraketen und auch keine Atomminen mehr, sondern man würde sie mit Kampfflugzeugen abwerfen und zwar mit dem Tornado. Der Tornado ist ein legendäres Kampfflugzeug der Bundeswehr, ist aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also der Erstflug fand in den 70ern statt. Ab den 80ern wurde das Ganze dann in Dienst gestellt. Das ist ein paar Jahre her. Und deswegen gab es und gibt es immer wieder diese Diskussionen, neue Flugzeuge anzuschaffen, die in der Lage wären, Atombomben abzuwerfen. Und da gab es eine Diskussion, welche man nehmen sollte, also ob es jetzt irgendwie die amerikanischen F-18 wären und so weiter. Letztendlich hat sich vor ein paar Jahren die Bundesregierung entschlossen, dass man die hochmodernen amerikanischen F-35-Kampfflugzeuge kaufen würde, die dann letztendlich die Rolle von diesen Tornados übernehmen würden und im Zweifelsfall die amerikanischen Atomwaffen abwerfen würden. Und wenn man Studien glaubt und großen Umfragen, dann ist es nicht unbedingt populär, dass Deutschland Atomwaffen der Amerikaner im eigenen Land hat und sie im Notfall einsetzen könnte. Es gab vor ein paar Jahren ein paar Umfragen, mehrere von Greenpeace in Auftrag gegeben. Und da kam man dann zum Ergebnis, dass 84% der Deutschen dafür sind, diese Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Also Deutschland zu einer atomwaffenfreien Zone zu machen. Und tatsächlich gab es 2019 kurz den Fall, dass Deutschland zur atomwaffenfreien Zone wurde. Da wurden nämlich die noch in Deutschland gelagerten Atomwaffen von den Amerikanern abgezogen, in die USA gebracht und dort modernisiert. Ich glaube, es wurde neue Software auf die Waffensysteme gespielt. Und dann wurden sie wieder zurückgebracht. Also für eine kurze Zeit von etwa 48 Stunden war Deutschland tatsächlich vor ein paar Jahren atomwaffenfreie Zone. Wir sehen also, Deutschland verfügt mehr oder weniger auch über Atomwaffen durch die nukleare Teilhabe innerhalb der NATO. Aber das ist jetzt die Frage, was, wenn die NATO nicht mehr einsatzfähig ist. Da denkt man ganz oft an den Fall von Donald Trump, der schon öfters mal sich kritisch geäußert hat gegenüber der NATO. Er meint, dass viele Staaten nur davon profitieren, dass die Amerikaner so viel für Militär ausgeben, womit er nicht ganz Unrecht hat, muss man leider sagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist die Befürchtung von manchen Beobachtern, dass Donald Trump letztendlich vielleicht nicht den Artikel 5 ehren würde. Also diesen Beistandspakt, diese Beistandsverpflichtung im Falle eines Angriffs der NATO. Und dann müsste man sich fragen, welche Art der nuklearen Abschreckung hätte Deutschland dann noch oder auch die restlichen europäischen Staaten. Und da muss man ein bisschen überlegen. Also, die Ukraine wurde Opfer eines Angriffskrieges, der auch immer noch anhält und hunderttausende Menschenleben gekostet hat. Wahrscheinlich auch deswegen, weil die Ukraine die Atomwaffen, die sie hatten, abgegeben hat. Die Ukraine war das Land mit den drittmeisten Atomwaffen nach Ende des Kalten Krieges, als die Sowjetunion auseinandergebrochen ist. Die Ukraine besaß mehrere Atomwaffen. Die hat sie alle abgegeben, hat sie zurückgegeben an Russland im Gegenzug für ein Versprechen und einen Vertrag, in dem die Russen garantieren, dass die Grenzen der Ukraine unverletzlich bleiben. Wie viel dieses Versprechen wert war, das wissen wir alle mittlerweile. Aber auf jeden Fall hat dieser Fakt wieder in Erinnerung gerufen, dass letztendlich eine nukleare Abschreckung etwas ist, woran man zumindest denken sollte, gerade wenn man eben ein Land wie Russland in der Nachbarschaft hat, das selbst über Atomwaffen verfügt und das eindeutig revisionistische Ansprüche stellt, also wieder Grenzen mit Gewalt verändern möchte. Und einfach mal angenommen, Donald Trump oder irgendjemand wie Donald Trump oder noch schlimmer, würde irgendwann mal in den USA an die Macht kommen, würde sagen America first und die Amerikaner ziehen sich aus Europa zurück und die NATO ist damit eben tot. Dann gibt es kein funktionierendes Verteidigungsbündnis mehr, in dem die Amerikaner drin wären. Dann hätten wir noch die Europäische Union. Denn auch in den Verträgen der Europäischen Union haben sich die Mitglieder gegenseitig praktisch verpflichtet, sich zu helfen, sollte ein Mitglied der EU angegriffen werden. Die EU hat noch genau ein Land, das über Atomwaffen verfügt. Frankreich. Denn Großbritannien, die andere Atommacht innerhalb von Europa, die sind nicht mehr in der EU, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, seit ein paar Jahren, Brexit und so, ihr erinnert euch. Wir haben also noch ein einziges Land innerhalb der EU, das nuklear bewaffnet ist. Und das ist ein Land, bei dem man bei jedem Wahlen ein bisschen zittern muss, wer denn als nächstes an die Macht kommt. Wir haben eine Bandbreite von politischen Kräften in Frankreich, die man durchaus als extrem bezeichnen könnte. Marine Le Pen ist nur ein Beispiel mit ihren Rechtspopulisten, aber es gibt auch noch andere Kräfte dort. Und zwar von einer vielleicht noch extremeren Rechten bis hin zu einer extremen Linken. Die Chance ist also da, dass Frankreich Leute an die Macht wählt, die ebenfalls nicht viel von Verteidigungsbündnissen hält und die zumindest die Verteidigungsfähigkeit schwächen würde. Und das ist jetzt natürlich immer ein Szenario. Das sind alles keine Vorhersagen, sondern nur Szenarien, was passieren könnte. Was wäre das Worst-Case-Szenario? Die Amerikaner ziehen sich aus der NATO zurück, die NATO bricht auseinander. Das heißt, man hat auch nicht mehr die Briten in einem Verteidigungsbündnis. Und dann könnte es dazu kommen, dass die Franzosen ebenfalls so etwas anstreben, sich vielleicht auch aus der EU zurückziehen, so ein Frexit, der French Exit. Und dann wäre die EU da ohne eine einzige Atomwaffe, wenn die Amerikaner die nukleare Teilhabe beendet haben und ihre Atomwaffen abgezogen haben. Und das ist eben dieses Szenario, was manche Verteidigungsexperten dazu veranlasst, zumindest anzuregen, dass Deutschland überlegen sollte, in so einem Fall eine eigene nukleare Bewaffnung anzustreben. Und jetzt seid ihr gefragt. Was meint ihr? Sollte Deutschland daran denken, sich nuklear zu bewaffnen, um im Zweifelsfall auch gegen nuklear bewaffnete Gegner gefeit zu sein oder sie abzuschrecken, vor ihnen geschützt zu sein? Sollte es vielleicht europäische Atomwaffen geben, die im Gesamtbesitz der europäischen Länder innerhalb der EU sind? Lasst es mich gerne wissen. Ich weiß, das ist ein sehr emotionales und auch ein sehr großes Thema. Es geht hier um potenziellen Dritten Weltkrieg und so weiter. Trotzdem möchte ich euch bitten, diskutiert einigermaßen gelassen. Geht nicht aufeinander los, sondern diskutiert wie Erwachsene. Ich weiß, ihr kriegt das hin. Ich bin sehr, sehr angetan von euren Kommentaren in den letzten Monaten und auch Jahren. Und deswegen denke ich, ist das auch ein geeigneter Ort, um eben euch diese Diskussion zu überlassen, ob Deutschland sich Atomwaffen anschaffen sollte. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Ich werde mich natürlich auch gerne an der Diskussion beteiligen. Das mache ich immer gerne. Und dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu bedanken, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.